Musik Zum Start in die Sommerferien haben rund 600 Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren die Schools Out Party in der Oldenburger Messehalle besucht. Ganz ohne Alkohol und Zigaretten feierten die Partygänger von 18 bis 23 Uhr, ausgelassen zu den Hits aus den aktuellen Charts und den 90ern. Wie schon in den Vorjahren bewies DJ Nicky Jones ein Händchen für die richtigen Songs. Als Show-Act trat auch die Tanzgruppe der Tanzschule Bayer auf. Stargast des Abends war Klaas Müller aus Wildeshausen. Der junge Musiker hatte es bei der Fernsehsendung The Voice Kids bis ins Finale geschafft. In Oldenburg begeisterte er das junge Publikum neben dem Song Schools Out auch mit Mark Forsters Hit-Chöre. Musik